Diese zwei YouTubers sind insgeheim ein Liebespaar. Leute, heute wurde ein bisschen Liebe offenbart. Es gab Verliebte unter den Mitspielern. Und ein krasses Liebe-Event. Auf einer brandneuen Wolkenkratzer-Map. Lasst ein Like da, gehört euch auf shop.kaos.com, euer Plüschtier. Alle Plüschtiere warten im Shop nur noch einsam darauf, einen neuen Besitzer zu kriegen. Würde mich mega freuen. Aber jetzt, wer ist heute? Alle am Start. Hey, Leute, wir sind nochmal Chaos 140 und willkommen hier zu einer brandneuen Runde. Mein Shop Wolf auf einer brandneuen Map. Wir sind nämlich heute auf den Wolkenkratzern. Mit dabei ist heute jemand. Junge, dass ich den überreden konnte, gehört mitzumachen. Das ist echt ein Wunder. Es ist ein YouTuber mit einer Trillion Abonnenten. Ist es der berühmte? Es ist der berühmte, legendäre Rhydy. Rhydy krieg ich. Rhydy, können wir einen Screening verkaufen? Oh mein Gott, den Screening verkauf ich. Mit dabei ist auch jemand, den unterstützen wir. Weil der hat gerade erst begonnen auf YouTube. Der hat erst ein paar Abonnenten. Es ist niemand anderes als... Mach den Tester auf, mach den Tester auf, mach den Tester auf. Alles Gute zu 10 Abonnenten. Mit dabei ist jemand, der ist weltberühmt im Shorts-Bereich. Der macht täglich Shorts, die übelst viele Klicks bringen. Ja, nämlich Lukas. Und Tops auch mit dabei. Tops, du kannst von ihm noch viel Lärm. Boah, ja, ja. Keines Mögens, unterstütze ich da. Mit dabei ist jemand, der ist gerade mein Training, mein Padawan in PvP, nämlich Tridon. Hi, das ist der Lärm. Und mit dabei ist Easy. Ja, ich bin Shopping-Weltmeisterin übrigens. Die übrigens gerade kranke ist, die immer noch verkältet ist. Das hört man doch gar nicht. Und es trotzdem geschafft hat, zu meiner Aufnahme, deswegen absolute Ehrendame. Und mit dabei ist auch Tobi. Was ist Tobi? Hey, hey, hey. Und natürlich, und Ehrenbruder ist Julian. Und jetzt noch eine Bratwolle-Map, Leute. Mit neun Sachen, neun allem. Vielleicht kennt ihr die noch. Oh mein Gott. Du bist ein Liebespaar mit Gambo. Die Map ist Wolkenkratzer. Vielleicht kennt ihr die. Das ist wie Vertikosteers. Riechst du das gar nicht selber mit deiner langen Nase? Was ist dein Stinkkäse? Du hast Stinkkäse? Ja. Hey, weißt du, was mir reicht's, Riechst? Riechst du? Tschüss, ich fahre. Komm, komm. Nein. Nein, Riechst du weg. Ich bin in einem anderen Raum. Oh mein Gott. Hey, guck mal, ich muss dich aber stecken. Hey, da war's guter. Hey, guck mal, du siehst aus wie so eine Düngerbox. Julian, komm mit. Geh weg von ihm da. Hey, Julian. Oh, wo ich dich? Warte, Julian, Julian, komm mit. Julian, du kennst die Map noch aus Wolf 2, glaube ich, war's. Der alte Wolf, ja. Ja, ja, das war die Wolken. Oh, pass auf. Oh mein Gott. Pass auf. Das war die Map, wo wir uns immer runtergekriegt haben, weißt du noch? Ich bin echt, das alte Wolf, oh mein Gott. Der alte Wolf war schon cool. Aber das Neue mit Voice Chat und mehr Leuten ist halt viel cooler. Ja, das ist viel cooler. Hey, warte mal. What the heck? Oh, was ist das? Ich hab einen Button gedrückt und auf Ami ist das aufgekommen. Warte, Julian, Julian, Julian. Du musst mich aufpassen, dass du nicht ge-eatet wirst. Warte, ich glaube, ich bin sogar Jeater, oder? Warte mal, was bin ich? Julian, ich bin scharf, ich will dich nicht kennen. Was geht hier ab? Was hat er getan? Er wollte schon vor allem machen. Isi, du kennst die Map auch noch aus Alten Wolf, oder? Ja, klar. Guck mal, ich gebe dir das. Das ist ein Feueranhänger. Was ist das? Wow. Und das kannst du sagen. Oh, dann das andere. Ich muss jetzt schauen, wo mein Bruder ist. Ich glaube, dem geht es nicht gut. Ich glaube, der ist tot. Leute, ich bin Liebesparts, neue Rolle. Ich bin einfach mit Gambo als Team. Gambo, 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 komm mal mit. Wir müssen eine geile Besprechung machen. Julian, was warst du denn da? Warum warst du da so? Junge, Gambo, wie hüpft du? Hast du neues Make-up? Hä? Dein Bizeps sieht heute aber ganz besonders gut aus. Gambo, ich will nicht mit dir in dieser Rolle sein. Hä? Warum? Das ist die dümmste Rolle. Aber warte, Gambo, 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 komm mit. Ich glaube... Ja? Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal ein bisschen unter uns sein, Gambo. Komm mal hier rein. Das ist eine Liebeshöhle. Das ist eine neue Rolle, Gambo. Und ich glaube, wenn du stirbst, sterbe ich jetzt auch. Ja, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich hoffe, du bist kein Wolf. Also ich bin... Nein. Oh, komm, ich bin unschuldslamm auch noch. Unschuldslamm? Oh, ey, Flo, du musst mitkommen. Du musst was zeigen. Ich habe was gefunden. Keine Ahnung, ich muss dir was zeigen. Ich hoffe, ich finde den Weg. Tridan, mein Bruder ist runtergefallen. Was? Ich bin nicht runtergefallen. Nein, nein, nein. Mein Bruder Julian. Warte, war das hier? Das ist die Grube. Nee, doch nicht. Ich muss die Stelle wiederfinden, aber nicht da runterfallen. Florian, ah! Oh, Junge, wir haben irgendwie einen... Tridan, ich vertraue dir nicht. Nein, nein, Flo, du musst mitkommen, wirklich. Ich habe wirklich was gefunden. Was denn? Ich will dich hier nicht runter sprechen. Ich muss das so kurz finden. Wo war das denn nochmal? Ey, das wird dir gefallen. Vertraue mir. Okay, 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 okay. Wait, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was denn, was denn? Geh lang. Man kann hier wenden auf der Map. Warte. Ist das hier? Ja, hier ist es, glaube ich. Oh Gott, jetzt. Genau hier, genau hier. Da war ich doch gerade. Was da ist? Wir haben wir loonen. Oh mein Gott, Rainy, Rainy. Warte mal, warte mal, drehe, 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 drehe. Dann schießt mir eine Pärliche rein. Oha. Ich habe keine Pärliche, wo wir eine kaufen. Rainy, ich sterbe gewinnt. Du stinkst so hart. Rainy. Wie cool das hier ist. Alter. Wie kommen wir denn raus? Oh, wie kommen wir raus? Ja, das habt ihr gut gemacht. Rainy, ich kann nicht pöllen, weil du zu... Wo ist sie dann? Warte, ich habe noch eine. Ich habe noch eine. Rainy, wenn du es bist, ich habe wohl dir. Ja, aber ich... Warte, du musst weggehen. Ich nehme die... Ja, ich kann... Wo soll ich denn hin? Warte, ich gehe raus, ich gehe raus, ich gehe raus. Ey, 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 ey. Ich kann ihn nicht kennen, ich bin Unschuldslamm, ich bin Unschuldslamm. Nein, 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 nein. Ich habe ein halbes Herz jetzt nur noch. Okay, okay, ich glaube... Oh mein Gott, ich kann... Warte, ich bag mich nicht durch. Bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Okay, aber du... Enderperle, tötet dich. Oh. Oh mein Gott, das ist perfekt. Problem gelöst. Ich werfe dir hier... Ich werfe dir in Regenerationstrank. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja, okay, wir warten, bis jemand... Regenerationstrank. Ja, der nächste... Gambo! Hallo? Oh mein Gott, das wird die Freiheit. Ich war... Warte mal, alles wird dunkel. Warte, Gambo, du musst weg. Der einzige Ausweg ist hier mit der Perle. Voll die Flippe, aber wie... Oh, hallo? Okay, warte. Ja, nein, nicht der schon wieder. Nein, wir müssen auf Gambo aufpassen. Wenn Gambo stirbt, bin ich dead. Heliumflamingo. Warte mal, wie lang kann der... Oh, der kann so lang fliegen, wie die Balken sind. Oh mein Gott, das ist ja cool. Flo, was hast du gefunden? Komm mal. Warte, wie ging das gerade? Ich konnte gerade fliegen mit dem Ding. Ich verstehe auch nicht, wie das funktioniert. Das ist voll komisch. Dreh dann hier, nimm das, nimm das. Was bist du auch für eine Rolle, Flo? Ey, bist du... Ey, nein, ich bin wieder Reiney. Ja, wir müssen Reiney ab. Okay, weiß was. Aber drehen dann, drehen dann, Gambo ist 100% safe. Ich habe ein Item benutzt. Ich weiß es, ich weiß es. Okay, okay. Oh, hast du so eine Waffe da? Hö, es ist der PPS H41. Oh mein Gott. Er war Fortnite. Fortnite. Ich brauche ganz die Emirates. Ich brauche wieder einen neuen Lebensretter. Das ist Tobi. Die Map ist richtig riesig, gell? Tobi, vertraut ihr nicht. Auch Isi hat vorhin gesagt, dass sie nicht vertraut. Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht schießen, weil ich unschuldig bin. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Ja, ich vertraue ihm nicht. Das Ding ist, ich kann nicht angreifen. Komm mal, ich bin wieder unschuldig Slum. Oh nein, oder? Aber wenn ich dich angreife, kann ich nicht angreifen. Ne, 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 ne. Du, wenn ich loben. Oh, dann kann ich dich töten. Ich kann doch nicht schießen. Alter, geh mit der Löffel. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Was hast du? Ich brauche, ich brauche irgendwie... Tschüss. Er ist unsichtbar. Er rennt gerade weg. Leute, wir müssen nicht aufpassen. Ich kann mich nicht wehren. Wir müssen gar wofür... Was bist du jetzt? Wo ist hier, oder was? Ihr willst auch ne Hose? Flo spioniert uns aus. Ist irgendwo hier. Flo, ich weiß, dass ihr bist. Dreh da an. Dreh da an. Ich bin die Stimme in deinem Kopf. Ah, ich hab schlimm. Warte, wir müssen Juni wieder beleben. Kann ich das machen? Ich glaube, ich hab jetzt genug. Ja. Oh ja, Juni, er lebt wieder. Wir müssen Gambo finden, Leute. Gambo muss mich beschützen. Leute, ich will diese Rolle nicht haben. Juni, ich komme mir gerade vor. Los, Rob. Oh mein Gott, es regnet. Wieso regnet es? Das habe ich noch nie gesehen. Guck mal, Gewitter. Was ist das für ein Regen? Was ist das für ein Regen? Gambo, Gambo, Gambo. Tops, 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 komm mit. Ich kann nicht, ich kann nicht. Was? Tops, komm mit. Wir gehen jetzt in den Wind. Wie ist hier das? Der Regen stinkt. Der Regen stinkt. Alien-Invasion. 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 Wait. Nein, nicht schon wieder Aliens. Aber wir haben Gewitter. Warte, 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 warte. Hol euch Perlen, hol euch Perlen. Guck mal, guck mal, kann ich hier hochfliegen? Kann ich? Oh mein Gott. Okay, das Ding ist, wir müssen Ultra-Sequels rausholen und dann ganz schnell abhauen. Hier ist ein bisschen Scheiter. Jetzt kommt man hier rauf. Oh nein, ich bin zu dead. Aber das Ding ist, wenn ich dead bin, ist Gambo auch dead. Das reicht mir, das reicht mir, das reicht mir. Ich muss raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich bin tot. Gambo ist auch tot. Nein! Das ist so ein Ultra-High-Risk-Secret. Aber warte mal, ich glaube, wenn ich jetzt wiederbelebe... Du bist gestorben, du hast deinen Partner mit in den Tod gegessen. Oh nein. Aber ich glaube, jetzt wurde Gambo auch wiederbelebt. Gambo, 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 wo warst du? Ich hatte dich gerade wiederbelebt. Wir müssen ins UFO. Die Heliets haben mein Stuff geklaut. Was? Hä? Ich muss ganz schnell ab und zu der Seite. Gambo, was ist mit dir passiert? Gambo, wie dumm. Mann, Florian. Seid ihr beide gestorben im U-Pass? Ja, ja, im U-Pass sind wir gestorben. Gambo, wir müssen ins UFO. Gambo, wie bist du im UFO gestorben? Gambo. Ich sterbe, ich sterbe. Hö, meine Steuerung ist umgekehrt. Es ist Lukas, es ist Lukas. Lukas, ich habe es genau gesehen. Oh mein Gott. Ich kann es euch gern, Gambo. Ich kann es euch gern. Ich sterbe, ich sterbe. Gambo, wir sind zwei Seelen, die einander gekettet sind. Ich kann das alles nicht mehr. Gambo, wir sind füreinander gemacht. Verstehst du? Wir sind die Best Buddies. Wir sind wie Deadpool und Wolverine. Okay, hier ist mein Körper. Den muss ich finden, den muss ich finden. Guck dir mal diese Map an, Leute. Wie riesig die ist. Gambo. Flo. Oh, zum Glück wurdest du wiederbelebt. Da hat zum Glück einer sich ausgewählt, Gambo. Boah, ey. Geh nach oben, geh nach oben. Mein Item ist in den Obern. Ich habe auch kein Item mehr, Flo. Hör, warum das? Ich bin... Jung, okay. Wer auch immer, es wird zu glissert. Ja, ich wollte. Halt Abstand, halt Abstand. Es ist Lukas. Hö! Jemand hat manipuliert, ich bin scharf. Ich bin Hirte. Jemand hat manipuliert. Es ist Lukas. Ich habe es vor meinen Augen gesehen, wie er stehen geblieben ist. Und mir dieses umgedrehte Dings gemacht hat. Tobi wurde vorhin auch schon als Wolf angezogen. Ja, 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 hör mir zu, hör mir zu, es ist Lukas. Ich geh mal rein. Lukas ist vor meinen Augen gestanden. Lukas. Warte mal. Wo seid ihr denn? Oh mein Gott, ich muss jetzt hier rauf. Es sind alle Wolf. Junge, ich reiß Gambo mit in den Tod die ganze Zeit. Mein Items. Oh mein Gott, ich bin saved. Okay, es wird Tobias. Warte, ich glaube, ich kann mich wieder attacken, weil ich wiederbelebt wurde. Kommt alle ganz nach oben. Das ist gut, dass ich gestorben bin eigentlich. Ich glaube, das ist mein Unschuldslamm deaktiviert. Okay. Oh mein Gott, was war das? Ich wurde tippet und instant hochgejagt. Warte, kann ich hier... Warte, wie geht mein Flamingo nochmal? Neu anziehen. Ich muss ne Miete zahlen. Leute, das ist jetzt nicht mehr feilig. Ah, jetzt geht meiner. Boom, jetzt kann ich hochfliegen. Nice. Okay, ich glaube, ich check's jetzt, wie der funktioniert. Manchmal ist er nur ein bisschen kaputt. Tops. Ja? Warte, kann ich? Ich will nur... Okay, okay. Ich wurde wiederbelebt, also ist mein Ding zu resetteln. Wo ist das hier lesen? Flo, schnell. Warte, ein bisschen Text schreib. Das ist wichtig, ja. Tag 1, Flo, deine große Nase. Die ist aber nicht so groß wie die von Gumbo. Ryan hat aber vor allem die schönste Nase. Du hast Ryan geschrieben, statt Reiny. Ne, Ryan, Ryan. Ne, Ryan hat wirklich die schönste Nase. Achso, Ryan, meinst du noch? Hast du in den Instagram gesehen? Ja. Izzy, ich kann wieder angreifen. Oh mein Gott. Mit R. Wer macht das denn die ganze Zeit? Wer macht die ganzen Tobiasse? Weg mit denen. Ah, ach doch, der ist ja unten. Wait, Leute, Leute, guck mal. Hier ist ein Secret, komm mal zu mir. Flo, ich weiß genau, was das ist. Nein. Es ist Trädern, es ist Trädern, es ist Trädern. Nein. Er bin hier nicht lautet. Komm, warum bin ich mit dir? Was denn, was denn, ich bin hier, ich bin hier, du stirbst doch die ganze Zeit. Du musst mich beschützen, Gambo. Ich kann das alles nicht mehr. Gambo, wie wäre es, wenn du mal bei mir bleibst und mich beschützt? Wo spielst du für ein Partner? Warte, Liebe Event. Es bereitet euch Schmerzen, wenn ihr nicht... Oh, Gambo. Wir sind jetzt ausgenommen, weil wir sind Liebespaar, aber alle anderen müssen beieinander stehen, sonst kriegen die Damage. Ja, okay. Oh nein, Gambo. Wir bleiben jetzt immer noch, wir bleiben die ganze Zeit jetzt zusammen. Wir trennen uns nicht mehr. Bis ans Ende der Tage. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bis dass der Tod uns scheidet. Ja, okay, so weit will ich jetzt nicht genau. Guck mal, warte. Aua, aua. Stell mal, was hier unterstellt ist. Ich hab so flitzig. Ich brauch Liebe. Nein, geh weg. Ich brauch Liebe. Junge Leute. Warum bin ich mit Gambo in ihrem Team jetzt hier? Warum habe ich Liebesparole? Warte mal. Oh, Secret maybe hier. Flo, hörst du mich, Flo? Trainer, wo bist du? Trainer, warum killst du mich? Was? Du wolltest... Schon wieder dieses Tops-Ding. Mach Tops, ey. Du wolltest uns anlaufen. Ey, Flo? Ah, geh weg! Oh mein Gott. Flo, hör auf. Nicht Gambo-Kill. Du hast mich runtergeworfen. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich darf mich gar nicht. Warum lügst du? Doch, das ging auf einmal auf. Du, Sigmar, ich hab nix gedrückt. Nein, es war Gambo. Es war Gambo. Niemals. Flo, hör auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ne Waffe? Was ist das für ne Waffe? Ja, sag ich dir nicht. Leute. Okay, Gambo. Jetzt reicht's für Gambo. Hä? Nein, nicht Gambo. Okay, nicht Gambo-Träder. Nee, ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. GAMBO! Wie erkehren wir das denn den Leuten? Gambo, hier sind wir wieder aufs Neue. Da sind wir wieder aufs Neue. Easy. Ich hab noch ein Buch für den. Easy, es ist Tridan und Lukas. Flo, was passiert hier? Was passiert hier irgendwas? Tridan killt mich die ganze Zeit. Jetzt hat Flo das aufgesammelt. Wups, hat dein Zeug geklaut? Oh mein Gott. Warte, Tridan ist es oder was? Ja, Tridan ist es. Der hat mich zweimal gekillt. Hilfe. Was? Ich hab nur Gambo getötet. Mehr hab ich nicht getragen. Aber Gambo ist scharf safe. Das wurde doch einfach runter gesagt. Hilfe. Na, er hat dich einfach runtergekickt. Du gehst mir die Schuld. Nein, er hat mich nicht runtergekickt. Nein, hab ich auch nicht. Gambo, komm jetzt mit. Wir wenden jetzt hier. Komm jetzt. Wo bist du? Komm, ich seh dich gar nicht. Ich seh dich auch nicht. Hier, komm hoch, komm hoch, komm hoch, die Leiter. Hä? Pass auf, hier ist der stinkende Nasen. Super. Der hat mich einfach runtergekickt mit seinem Lockweg-Stick. Oh mein Gott, du stinkst. Gambo? Hä, ist das ein Secret? Ist das ein Secret? Ja, 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 das ist ein Vent. Gambo, ich hab keinen Equip wegen dir. Warum denn wegen mir? Du bist die ganze Zeit gestorben. Ja, Gambo, du hättest ja jeden anderen Demerkönner als Team mit. Ich kann dir das nicht ausgesuchen. Warte ruhig, 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 ruhig. Oh, danke für die Amorance. Ich hab jetzt gar keinen Equip. Das Ding ist Gambo, Gambo, sei mal ehrlich. Komm her. Komm runter. Auf den ist Null Verlass. Kann sich nicht verlassen. Ich hab real, das ist Trinan und Lukas. Trinan ist jede Runde, Wolf, das ist crazy. Okay, ich hab jetzt wieder Staff. Reini? Gambo? Ja. Gambo, sei ehrlich. Welche Rolle hast du? Ich bin Liebespaar. Nein, und normal? Scharf? Und scharf. Bist du wirklich scharf? Ja. Amogus. Wir sind gewendet. Au, 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 au. Okay, Gambo, wir müssen uns... Wir müssen uns... Und jetzt helfen. Komm, ich hab ein bisschen Equip jetzt hier. Hast du Soul Crystals? Nein, woher? Hast du Rupees? Ja. Gib mir mal ein paar. Wie viele brauchst du? Ähm, warte, und soll ich Wolfsuche kaufen? Ich mach. Gambo, bist du safe nicht? Ich bin wirklich scharf. Gambo, bist du safe nicht? Ich bin wirklich scharf. Entweder Trinan oder Gambo ist ein Wolf. Ja, dann Trinan. Bei Trinan... Habe ich schon die ganze Zeit gesagt! Ja, also, dann töten wir ihn doch. Aber der ist unsterblich. Ich konnte ihn eben nicht kehlen. Oh, du brauchst ne Pärliche. Ja, okay. Ne, ne, ne. Der hat ne Kugelsichere Weste. Ja, dann müssen wir dem die ausziehen. Ne, warte, warte, warte. Lock ihn an den Rand der Map und ich mach nen Norddeckstick. Okay, lass nach oben. Lass nach oben. Aber die Map, bin ich ehrlich, ist richtig cool. Lass mir allen einen Likes haben. Filme Mindshow voll von Filme neuen Maps hier. Weil das ist alles super aufwendig. Grüße gehen raus an Schummel. Der gibt hier super viel Mühe. Immer neue Sachen zu machen. Ach, die... Hä, guck mal, hier sind noch Kürbis, die so auf nem Laufband ins Feuer kommen. Guck mal, wie die hier schreien, hä. Oh, wo bist du? Trinan, komm mal nicht hier zu mir. Wo bist du? Ja, äh, schwer... Unter dir, glaube ich. Unter dir, glaube ich. Bei so ner Kürbis Abführerfabrik. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ist das ein Jump Around hier? Oh mein Gott. Warte, wo geht's hier hin? Ich versuch mal die Räder herzulocken. Hä, wo ist denn... Ich bin unter dir, glaube ich. Ich bin unten. Ist hier ein Secret? Guck mal. Aha. Flo. Was machst du hier? Ich such grad eine Dings. Eine Kiste. Was denn? Aber Trinan, Trinan, Trinan. Ich hab Wolfsuche gemacht. Ja. Das stand... Das stand, dass es Lukas ist. Äh, ich... Läuft hier jemand rum? Hast du den Flamingo für mich? Bitte, bitte, ich hab den ganzen Fall. Wie kann ich den... Oder? Wie kann ich den ergeben? Oh mein Gott! Flo! Du bist es! Du hast Wolfsuche! Das ist krass! Das... Oh mein Gott, nein! Ich hab Wolfsuche gemacht. Es stand Trinan. Du bist es! Krass! 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 Hallo! Hört mich jemand? Ja, wo bist du? Wo bist du? Ganz oben! Trinan ist es! Ich hab's nicht geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Go! Guck mal! Guck mal! Wenn man diesen unterm Block anguckt, geht das auf! Guck mal! Ja! Oha, danke! Okay, das Ding ist, Trinan ist richtig gut equipped! Und er checkt, was ich machen will! Kennt ihr die Falle hier oben? Ich weiß es nicht! Warte, da oben ist jemand! Da oben ist jemand! Ne, das ist Trinan, glaube ich! Halt, bitte, bitte, bitte! Wir brauchen Hilfe! Kamu und ich ist aufgestorben! Ich mein, ich bin wegen Kamu richtig aufgestorben! Nein! Flo, das stimmt nicht! Du bist die ganze Zeit gestorben! Warte, warte, warte! Wiederbelebbar! Ich hab mein ganzes Equipment immer wegen dir verloren! Ich mach Julian! Oh mein Gott! Julian, er ist Trinan! Er ist Trinan! Ich hab nix, ich hab nix! Ich hab nur einen Laser! Habt ihr Rubies? Jo, 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 jo! Ja, hier! Er ist unsichtbar! Jo, stimmt! Laser ihn! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist hier unsichtbar! Trinan, du kannst nicht mehr aus! Kamu und ich sind nämlich das Liebespaar! Und wenn einer von uns stirbt, sterben wir beide! Gambo bis in den Tod! Come on! Wir müssen unsere Konflikte überwinden, unseren Streit! Wir machen den erstmal weg, danach klären wir alles Weitere! Nein! Er hat Julian geholt! Der Eiser! Ich booste dich, warte! Ich booste dich! Der ist schon wieder unsichtbar! Flo! Nicht boosten! Nicht boosten! Das war's mit euch beiden! Nein! Ihr werdet mich niemals finden! Gambo erst dich! Nein! Hitbox dann? Nein, ich seh ihn nicht! Die Hitbox dann! Nein! Was? Hö, beide Gambo! Schwarze Schafe! Was? Und du hast ihm vertraut! Und du hast ihm vertraut! Und du hast ihm vertraut! Oh mein Gott! Das Ding ist gar gut! Ich war ein Liebespaar! Wenn einer stirbt, sterben wir beide! Das heißt, ich hätte eigentlich gewinnen können! Wieso? Ich will nie wieder Liebespaar sein! Das ist so dumm! Lass ein Like! Du bist zum nächsten Mal in den Shop.com zu bekommen! Abonniert mich! Und tschau! Leute!